So, Johann, das sind eigentlich schon die Fahrerhand. Ne, pack dich auch noch Blatt. Ich weiß doch von wem's kommt. Ich würde gern auf A1 gehen. Ich glaube, das wird anstrengend. Dann lass dich nicht aufhalten. Ja, ich weiß auch nicht, was wird anstrengend. Ich glaube, das wird anstrengend, ja, da hast du wohl recht. Keine Hellcat. Ich komm mal zur Hellcat mit rüber. Was willst du bei mir? Dich abschießen. Oh Gott, die sprechen ja russisch. Ja, ja. Ich soll immer auf die mit dem wenigsten Leben schießen, dann fax ich gesagt. Das ist die Hellcat dieses Spiel. Dann trau dich mal. Alter, das Spiel darfst du nicht verlieren. Wie? Das wär... ...belten Baum, die sind doch schon am Durchgang. Zwo? Ich suche mal so genau, das kann ich wissen. Niko Monga, zurück wenn du geschossen hast. Gut, sehr schön. Na komm vor. Einfach in mir kommt er. Ach, Quatze. Ja, natürlich trifft er mich. Ey. Gar nicht den nicht sehen, die sind komisch. Die Bäume fallen aber keinen Panzer. Guckst du noch weiter, Genesis? Ja, ja. Hansi, ich mach mal Licht. Ich mach mal den Garten frei dahin. Glaubst du auch eine Paukarte? Nee, Cobra ist das ja hier. Ach. Ich dachte... Oh, da ist ne Hellcat. Kommt hier nix, wer wird. Alter, ich krieg die Krise hier. Was schießt ihr hier mit Gold oder zwei Ding, was ich durchgeh in Pisteile? Ach Gott. Hansi, war da was? Ja. Guck mal, kommst du noch vor? Komm mit vor. Du sagst, los geht vor. Na, blöde Kuh. Oh, Dreck. Katzenscheiße, ey. Jungs, zwei konzentrieren sich auf mich, die offen sind. Geh zuerst vorderen, lockt den raus. Na ja. Bleib stehen und schieß dich da rein. Woh, wo ist er hin? Ach, da hinten. Oh, ich mach weiter. Ja, schön. Was ist denn da? Haben M6 gefunden. So, ist noch ne Hellcat irgendwo? Ja, die war hier hinterm Haus. Okay, gegen Fall. Hansi, Hansi, komm mit. Ich glaube, ich komm. Ab KV1S von hinten, den 58 Centing. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Oh, ich ey. Warte, warte, machen ruhig. Wir sind bewegungsunfähig. Ich musste ein Stück aus meinem Beko. Warte. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Gut. Alles schicke. Auch mal das mal gewinnen, ey. Ich steig immer ein bisschen an, ja. Sind alle in der Ecke hier, die KV1S. Die beiden. Der eine, der 59%ig guckt auf mich. Ach, ich treff nix, alter. Die fünfte Goldmumpel, die nicht durchschlagen hat, ey. Der Gold ist auch ein sehr weiches Metall. Ey, also das ist doch n... Johann, du bist der geilste, ey. Ich kann los, wenn wir nur einen Panther der Seite schießt und ist ein Abrader. Aber ich kann ihn nur einmal treffen. Was ist denn los? Ja, ganz toll. 31 Punkte. Äh, je. Endlich mal wieder eine bessere Runde von mir, ey. Das ist unglaublich. Jo, also reicht sich zusammen. Also verlieren wir. Ja, so wie immer. Ist immer so. Ja. Ja, vor allem sind halt nicht berechenbar, ne? Alle über eine Seite. Äh, 3KV1S hier vorne. Auf D9 und so weiter. Der Rest ist oben über die Berge. Hast du das mit dem Hakel? Ja, die gehen sowieso über die Berge. Aha. Ey, einfach nur verteidigen auf einer Seite und auf der anderen durchbrechen. Also kommen lassen wir heute. Also BMW verteidigt. Ich fahr mit dem Arsch voran. Weil? Ne, was denn nun? Oh, so. Schön mit dem Arsch voran. Warte, ich denke 3 Uhr an den Bergen da. Ja, das verwirrt mich gerade ein bisschen, aber egal. Ihr fahrt gerade alle hier rüber. Wir folgen alle Jesus. Ich fahr mit dem Arsch voran. Ja, los. Jesus. Ganz rechts sind nur zwei Hellcats. Ja, ich fahr mit rechts rüber. Lennon, du jetzt, oder? Ja, ja. Dann bleib ich hier in der Mitte. Ja. Dann bleib ich hier in der Mitte. Auch ein Hellcats. Komm nicht dran. Oh, oh. Komm da hin. Ich fahr mit dreiplaces. – Najaстр Erdrehen, sag' ich jühr' rein! Locken, knack' mit Connor, blass'Лord. Oh, oh, oh! Das ist mein Verkehr. Oh du hast? Oh, Mode ist schonodern oben. Oh,UUU. Sind alle auf'm Berg 건�eren? Oh und beang' auch oben. Ey hier Schweine! Drei Stück sind um! Was du auf meinen Arsch aus hier, oder? Ja, natürlich. Alter, 2 KV. Oh, KV-2 hat geschossen. Das sind ein Abfahrstück. Oh, shit. Dann kommen wir nicht rum, die sind alle oben, oder? Ja. Sind alle oben. Ihr könnt wegcappen. Eine Hellcat hätte zuerst auf den Berge mussten, oder? Ach. Aber da kann ich was machen, glaube ich. Wo sind sie denn? In der Mitte gibt es so eine Spottingposition, da kann man auf dem Berg mampeln, ohne gesehen zu werden. Ja, ich kann von Chaos, wo ich stehe, auch kurz auf den Berg schießen. Echt? Ach, cool. Dann machen wir das doch mal. Wo gucken wir halt gerade, der KV-2? Zu uns hier. Ihr müsstet die da oben auf dem Berg nochmal hell machen, bitte. Weil, kannst du nach vorne den Ausschau halten, auch ein bisschen? Nicht, dass die da rumkommen. Gut. Könnt ihr auf der anderen Seite pushen? Äh, was? Bei Hellcats, oder wie? Ja, die stehen ja alle hier oben. So, ne, dann... Da ist noch eine Hellcat auf jeden Fall, da oben. Oh, da sind alle auf. Da oben ist nur eine Hellcat. Oh! Äh, wer schreit da so? Kann nur Jesus sein. Ne, das war ich nicht. Ey, Wild, pass auf, die KV-2 auf. Beiden, da oben. Ach, der kommt. Hat ich die getroffen? Also, wenn ich die nicht getroffen habe, das wäre ein Wunder. So, T25. Kannst du es mir scharf machen. Na, der sechste Sinn zeigt doch viel zu spät an, wann mal gespottet wurde. 30, drei Sekunden. Drei Sekunden, genau so ist es. Nachdem man gespottet wurde. Sonst, kannst du meinen Platz einnehmen? KV-2 hat geschossen. Oh, shit. Ich, ähm, da kommt meine Hellcat. Ja, hab ich getroffen. Oben ist die Hellcat. Schön. Ja, komm, einen fang ich mir. Komm her. Scheiße. Seid viel zu ängstlich. Wir sind drei Hellcats hier. Auf geht's. Ja, man weiß nicht, was da... Oh, rüber geschossen. Das hat alles schon gespottet. Alles? Ja, doch nicht. Ist er auch schon gespottet? Ja, ja, dann ist sie jetzt Geschichte. So, KV-2 kommt da hoch, links. Gas geben. Spottet. Gas geben, Hellcats. Gas geben. Genau, da von hinten rum kommen hier. Können die beiden KV-2 hier anfassen und dann ist alles schicker. Oh, ich muss diese KV-2 hier anfassen und dann ist alle KV-2 hier. Okay. Sollen wir käppen oder sollen wir rüberkommen? Ach komm, du ja. Wir käppen. Achso, na gut. Käppen? Klar, wir wollen doch gewinnen, oder? Ja, wir können doch nur noch umroden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das noch rocken, wenn wir von hinten kommen. Ach komm, wir töten. Ah, dann auf geht's. Ah, ich werde von hinten weggeschossen. Oh, dann sind sie doch schon. Oh. Abgeprallt. Zack. Immer in so einem Gefechter schießt man nur mit Gold. Ach. Auch mal nicht. Ja, gegen KV2 schon sinnvoll. Zack, Jesus regelt. Mahlzeit! Oh, jetzt habe ich Tinnitus. Grüße, Mirko. Guten Tag. Hallo, Freunde. Mirko, du kannst dann gleich mit einsteigen und kannst dich dann gleich zwangsverpflichten. Ich sitze schon drin. Zwangsverpflichten? Wo auch immer. Ja, du kriegst dann gleich eine Einladung und die möchtest du bitte annehmen. Dann sitzen wir alle im selben Boot, oder was? Richtig. Und wer als erstes Mirko abschießt, der hat gewonnen. Juhu. Ah, ich bin da wiss ich schon. KV2 hatte Chancen, ne? Ihr könnt. Wie er nur ein Prozent hat. Hä, der hat mich ja weggeschickt, der KV2. Ach, komm, den kriegt er. Ja, wunderbar, Gude. Ja, lieber. Ich will den Schuss fangen, ja. Ihr habt ein Gude. Du, das zweite Gefecht ist gewonnen. Sehr schön. Woooo?